Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video-Impuls. Wir sprechen viel über Probleme und versuchen einige Lösungen zu finden. Die einzige Lösung des Weltproblems ist die Einheit. Seien wir vereint und sehen die anderen als die meinigen, dann leben wir ohne Angst. Sonst sind wir miteinander Gegner und Feinde, die die anderen vernichten wollen und das Resultat ist Spaltung und Unruhe. Als das WhatsApp angefangen hatte, haben wir unser Jahrgang für unsere Gruppe einen passenden Namen gesucht. Damals Pastor Anthony mein Jahrgang hier in Deutschland und er hat den Namen Einheit vorgeschlagen. In unserer Gruppe gibt es elf Priester. Wir kommen aus unterschiedlichen Familien, aus unterschiedlicher Umgebung und auch aus verschiedenen Bestümen. Wir arbeiten in unterschiedlichen Ländern. Wir sind auch mit unterschiedlichen Begabungen geschenkt worden. Unsere Gemeinsamkeiten sind, dass wir zur Peer-Group gehören, dass wir Priester sind und die Botschaft Jesu verkünden und leben. Dadurch versuchen wir junger Jesu zu werden. Das heißt, unser Ziel ist gleich. Es bedeutet, für Jesus und mit Jesus unterwegs zu sein. Schließlich gibt uns unsere Einheit eine Zuversicht, dass wenn wir einem Problem oder einer Schwierigkeit begegnen, wir alle füreinander da sind. Überall können wir uns aufeinander verlassen. Diese Zuverlässigkeit der Einheit ist der Segen für sie und mich.